Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Mittwoch, der 12. Oktober 2022 und noch heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen. Letzter Handelstag in Anführungsstrichen vor den US-Inflationszahlen am Donnerstag. Aber auch aus Großbritannien könnten dunklere Wolken aufziehen. In wenigen Sekunden mehr zu den Details. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun zunächst die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Nach den scharfen Abschlägen auf den US-Arbeitsmarktbericht vergangenen Freitag, gefolgt dann von neuen Jahrestiefs im S&P 500 und Nasdaq 100, sah es am Dienstag zunächst nach einer kleinen Verschnauzpause aus, doch in den Abend schreckten die Worte des britischen Notenbankchefs Andrew Bailey die Marktteilnehmer erneut auf und resultierten in signifikanteren Verkaufswellen. Zur Erinnerung, zweimal kurz hintereinander musste die Bank of England jüngst in den Anleihenmarkt eingreifen und für bis zu 10 Milliarden britische Pfund am Tag Staatsanleihen aufkaufen, besonders um die in Schieflage geratenen Pensionsfonds und einen möglichen Lehman 2.0-Moment abzuwenden, liegen hier doch rund eine Billion britische Pfund Sterling im Feuer. Bank of England Chef Bailey sagte dann gestern Abend, die Intervention in den Märkten wird vorübergehend sein und ergänzte, das Zeitfenster für Pensionskassen zur Neuausrichtung, sogenanntes Rebalancing, hier beträgt noch drei Tage, also bis Freitag und dann würde sich die Bank of England zurückziehen und nicht mehr am Gildmarkt entsprechend intervenieren. Ausgehend hiervon will ich ehrlich sein, ich denke, dass die Bank of England weiter wird intervenieren müssen, denn die Blaupause, die liegt jetzt ganz klar vor uns. Rückzug aus dem Anleihermarkt, Turbulenzen kommen auf in britischen Gilds, die dann ausstrahlen, in dem Fall auf Pensionsfonds und somit im übertragenen Sinne das Finanzsystem in Großbritannien gerät, im Großen und Ganzen ins Wanken. Die Bank of England kehrt dann als Stabilisator zurück, kauft wieder Anleihen auf, beruhigt die Situation, zieht sich wieder zurück und rinse and repeat. Einzig die Frage wird sein, ob sie interveniert, bevor der kritische Punkt hier überschritten ist und es trotz Intervention dann dennoch zu einem Kollaps kommt. Also wir wandeln in Anführungsstrichen hier so ein wenig auf des Messers Schneide. Das scheint auf jeden Fall auch die Bank of England erkannt zu haben, denn bereits über Nacht heute von Dienstag auf Mittwoch machten dann wiederum Gerüchte privater Unterredungen von Notenbankern mit Privatbankern, britischer Privatbanker, die Runde, wo versichert wurde seitens dieser Mitarbeiter der Bank of England, dass man auch über Freitag hinaus aktiv am Anleihemarkt bleiben wird und intervenieren wird müssen, durch den gerade geschilderten Ablauf, der folgen dürfte. Wie auch immer wir es drehen und wenden, die systemischen Risiken, die scheinen auf jeden Fall zuzunehmen und sollten im Hinterkopf behalten werden, auch oder eventuell ganz besonders bei längerfristigen Engagements. Es könnte durchaus sein, dass dort auf der Unterseite noch etwas kommt und im Falle des S&P dann ein Test und auch ein Fall unter 3500 Punkten eine Option bleibt, eventuell ganz besonders wiederum getragen durch die morgen zu veröffentlichenden US-Inflationszahlen. Aber die Frage, die uns natürlich interessiert ist, welche Aktien könnten in einem solch fragilen Umfeld denn gut performen oder gibt es solche überhaupt? Die News verheißen hier diesbezüglich auf jeden Fall nichts Gutes. Und als erstes wollen wir bei den Einzeltiteln einen Blick werfen auf Intel, den US-amerikanischen Halbleiterhersteller. Wir hatten Intel gestern bereits hier im Podcast im Zusammenhang mit Taiwan Semiconductor, TSM und auch Apple erwähnt. Heute wollen wir einen detaillierteren Blick auf die Aktie selbst werfen, auch ausgehend von den gestrigen News, die hier rund um Intel über den Tacker liefen. Welche News? Nun, Intel will angeblich tausende Stellen streichen aufgrund des schwächelnden PC-Marktes. Mit diesem Schritt sollen dann Kosten eingespart werden, logischerweise, um den erwarteten Umsatzrückgang aufgrund des weiter schwächelnden PC-Marktes zu kompensieren. Das berichtet zumindest Bloomberg und schlägt hier im übertragenen Sinne in die gleiche Kerbe wie die letztwöchigen News rund um AMD. Die Kündigungen könnten bereits in diesem Monat beginnen. Erwartet wird die offizielle Ankündigung dann am 27. Oktober im Zusammenhang mit den dann zu veröffentlichten Quartalszahlen. Auch hier kurz zur Erinnerung, schon im Juli dieses Jahres wurde die Prognose des Jahresumsatzes um 8 bis 11 Milliarden US-Dollar gesenkt. Für das dritte Quartal wird ein Umsatzrückgang um fast 20 Prozent erwartet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Jetzt allerdings das große Aber. Mittelfristig orientierte Investoren könnten Intel im aktuellen Bereich um 25 US-Dollar die Aktie als Chance-Risiko-Verhältnis technisch durchaus interessant erachten und eventuell überlegen, kleine spekulative Beimischungen fürs Portfolio in Betracht zu ziehen. Die Aktie hat nahezu in einer geraden Linie seit Mitte Juli Roundabout mehr als 40 Prozent Abschläge zu sehen bekommen, stellt sich auf der Unterseite also sehr stark über den dar. Und die seitens der USA verkündeten Beschränkungen wiederum für den chinesischen Chip-Sektor könnten Intel in den kommenden Monaten hier als Profiteur in die Karten spielen, zumindestens mal eine technische Reaktion, einen sogenannten Bounce in Richtung 35 bis 40 US-Dollar in den kommenden sechs bis zwölf Monaten hier auf den Weg zu bringen, was demnach eine ernstzunehmende Option darstellt. Also durchaus interessant, ein Blick wert, Intel Börsenkürze INTC. Und wo wir schon bei den Titeln der Halbleiterindustrie sind, wollen wir auch einen Blick werfen auf AMD, den US-amerikanischen Halbleiter-Giganten. Nicht ganz so groß wie Intel, aber immer noch groß genug, um ihn hier schon häufiger im Podcast erwähnt zu haben. Und hier kam es ja folgend der Umsatzwarnung vergangene Woche am Donnerstag nachbörslich nun final zum Fall unter die 60-Dollar-Marke, aber auch hier ein großes Aber. AMD stabilisiert sich im Bereich knapp unterhalb, zusammenfallen tatsächlich mit Prä-Corona-Panik-Hochs, die wir hier im Jahr 2020, kurz bevor es dann diesen scharfen Rücksetzer auf breiter Front an den Aktienmärkten zu sehen gab. Und wie gerade schon bei Intel thematisiert, schaut die Lage summa summarum eigentlich alles andere als prosperierend für Unternehmen der Halbleiterbranche insgesamt aus und somit folglich auch für AMD. Am Montag hier fiel der Philadelphia Semiconductor Index um 3,5 Prozent, baute damit seine Verluste seit Jahresbeginn aus und den Grund hierfür hatten wir ja auch im Podcast thematisiert. Neue China-Exportbeschränkungen der US-Regierung. Bereits am letzten Freitag hatte das US-Handelsministerium hier für alle Halbleiter und Halbleiteranlagen aus US-Herstellung zusätzliche Exportkontrollen gegenüber chinesischen Unternehmen eingeführt. Ab sofort muss nun im Falle eines Exports demnach geprüft werden, ob die Chips zu militärischen Zwecken genutzt werden könnten. AMDs Umsetzer könnten durch diese neuen Exportbeschränkungen zwischen 5 bis 10 Prozent sinken. Das Ziel seitens der US-Regierung ist aber längerfristig sicherlich die aufstrebenden chinesischen Konkurrenten zu schwächen, die zwar nicht die fortschrittlichsten Prozessoren herstellen, aber aufgrund staatlicher Subventionen mehr als konkurrenzfähig sein dürften. Aber auch hier ein großes Aber. Mir scheint AMD ebenfalls Chancenrisikoverhältnis technisch im aktuellen Bereich für eine erste kleine Beimischung ähnlich wie Intel durchaus interessant. Ein zügiger Rücklauf hier in Richtung und auch über 70 US-Dollar in den kommenden Monaten scheint durchaus im Bereich des Realistischen und macht AMD somit selbst nicht nur für die kurzfristig agierenden Spekulanten und Trader unter uns, sondern auch für mittelfristig agierende Investoren interessant. Das war AMD Börsenkürzel AMD. Und final wollen wir einen Blick werfen auf Philips, den Hersteller von Gesundheitstechnologie und Haushaltsgeräten. Die Aktie von Philips heute zur Eröffnung mehr als 8 Prozent an der Euronext im Minus und der Grund eine milliardenschwere Wertberichtigung sowie anhaltende Lieferkettenengpässe, die den Medizintechnikhersteller im dritten Quartal belasten. Der Umsatz Philips sank laut vorläufiger vorgelegter Zahlen um 5 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis, das sogenannte EBITDA, dürfte bei bis zu 210 Millionen Euro liegen. Das ist weniger als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahresquartal, als Philips laut dem entsprechenden Quartalsbericht noch rund 512 Millionen Euro erreichte. Und zudem schreibt Philips auf seine problematische Schlaf- und Atmungssparte 1,3 Milliarden Euro ab. Hier kämpft man mit dem Rückruf und dem Austausch bestimmter Beatmungsgeräte und hat dafür bereits millionenschwere Rückstellungen vorgenommen. Für das vierte Quartal erwartet Philips wegen der Lieferkettenprobleme und dem sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeld einen Umsatzrückgang ebenfalls auf vergleichbarer Basis im mittleren einstelligen Prozentbereich. Ausgeklammert sind dabei Währungseffekte. Und ja, die bereinigte EBITDA-Marge, die dürfte in einer Spanne im hohen einstelligen bis zweistelligen Bereich tatsächlich sogar vielleicht liegen. Und wie man plant, die Produktivität zu verbessern, erfahren wir tatsächlich erst bei Vorlage der Quartalszahlen am 24. Oktober. Sprich, bis dahin gilt es hinsichtlich Engagements seitens Investoren in Philips auf jeden Fall die Füße stillzuhalten. Das war Philips Börsenkürzel P-H-I-A. Und das war der Admirals Aktien 2.0 Podcast für heute. Für Mittwoch, den 12. Oktober 2022. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren. 2.0 mit Admirals. Ich hoffe, Sie schalten auch morgen wieder rein. Hier dann mit Blick natürlich auf die anstehenden US-Inflationszahlen und den in Folge dessen potenziell heiß werdenden Aktien. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal Happy Trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf und morgen hören wir uns dann wieder. Haben Sie sich wohl. Machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.